Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier geht es um das Spiel Just Die Already. Es geht darum, dass man halt einfach endlich mal sterben soll. Es ist ein bisschen makaber, aber es ist lustig. So, wir spielen diesen alten Mann hier und haben schon unser Bein verloren. Oh shit, oh shit, oh, ich bin auf ne Matratze, oh mein Gott, ah, ah, ah. Wir haben weder Kopf noch Arme noch Beine, aber hey. Problem ist, ich kann jetzt halt nichts mehr drücken. Nichts öffnen, gar nichts. Oh, what the fuck, ich klatsche. Ich bin tot, ich bin tot. Okay, nochmal. Okay, jetzt sind wir im Mülleimer hier. Oh Gott. Aber wir sind noch nicht tot. Wir sind nur ein bisschen elektrisch aufgeladen. Und jetzt sind wir nackt. Okay, wir wollen wohl einfach nicht sterben. Oh. Kann euch alle mit dem Fisch verkloppen? Stirbt einfach alle. So. What, ich bin gestorben? Aber warum? Okay, jetzt bin ich rausgeflogen. Warum auch immer. Also gerade eben bin ich gestorben, weil ich diese Medikamente da genommen habe. Jetzt sind wir draußen in der Stadt. Ragdoll mit R. X mit Respawn. Wer hätte uns irgendwas empfohlen? Aber wir sollen sterben, also probieren wir es einfach gerade mal aus. Hier. Hallo. Da kommen doch noch bestimmt Autos. Hey, Entschuldigung, Achtung. Au. Bleiben Sie kurz stehen. Hallo, hallo, hallo. Ah. Ah. Vielleicht fallen wir nicht auf, wenn wir einfach zum Ziel rollen. Ah. Oh nein, nicht noch. Nein. Ah. Ah. Oh Gott. Äh. Ja gut. Hallo, Officer. Oh. Hast du mir gerade eine mitgegeben? Alter. Was willst du? Ah. Die Knochen gucken ja schon an den Seiten raus. Du Arschloch. Oh. 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 Aber es geht noch. Alles ist in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ah. 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 Aber ich bin tot. So. Wo bringt uns diese Matratze hier hin? Ah. Ah. Da hoch. Okay. Nein. Oh. Egal. Oh. 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 Sorry. Will die bisschen elektrisch? Ach. Mann. 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 So. Was können wir denn hier noch machen? Können wir dahinter irgendwo laufen? Ne. Hier endet die Map. Ist ja auch nur eine Demo. Ach. Der schon wieder. Oh. Oh. So. Achtung. Oh. Ah. Die Müllabfuhr. Okay. Hey. Hey. Ah. Au. 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 Uh. Okay. Wir sind glaube ich Teil des Mülls. Nimm ihn mit. Ich nehm ihn mit. War wohl nix. Werf mich doch da rein. Schaff's eh nicht. Ich will nicht. Hilfe. 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 Weg hier. What the fuck? Ich habe Nadeln gekriegt, weil es hier so eine Nadelhecke ist. Oh. Ja. Okay. Komm. Oh. Gott. Ich bin einfach nur noch ein Bein. Unterleib voller Nadeln. Oh mein Gott. Was ist mit meinem Typ passiert? Der hat ein gebrochenes Rückgrat. What the fuck? Opa. Was ist passiert? Nein. Lass mich. Lass mich. Nein. Au. Au. Aber es ist noch alles in Ordnung. Au. Es ist alles. Au. So. Irgendwas trinke. Ich habe denen einfach einen Kaffee geklaut. So. Jetzt laufen wir alle zusammen. Alles in Ordnung? Lady. Ah. Ich habe sie. Ah. Alles in Ordnung? Ah. Ah. Warum ist sie so unberührt und ich bin ein Matschfleischball? Ah. Ich brenne. Er brennt auch. Oh. Ich glaube er hat andere Sorgen. Oh. Ich auch. Jetzt haben wir hier ein ordentliches Beil. Oh Junge. Das ist für vorhin. Du Arschloch. Das ist für vorhin. Stirb einfach. Du auch. Ah. So. Hey. Hey. Du. Warum spritzt er mich nass? Ist das denn dumm? Oh. Junge. Was ist dein Problem? Mache ich dasselbe mal mit dir? Ah. Oh. Wir haben hier noch ein... Was ist das? Ein Säurebecken? Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr schnell gestorben. Es sah durchaus gefährlich aus. Oh. Hilfe. Au. Oh Gott. Ich habe noch ein Bein verloren. Aber alles in bester Ordnung. Oh Gott. Ich bin einfach nur noch im Wrack. Ah. Ja. Ich bin oben. So. Was haben wir hier denn noch Schönes? Au. Okay. Der hat mich einfach komplett durchbohrt. Au. Okay. Leute. Ich glaube... Wir beenden jetzt hier die Sache, indem wir uns einfach vor das Auto schmeißen. Und dann sage ich schon mal. Tschüss. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020